herzlich willkommen zurück zu test man muss aber schnell dann bei der truppe hier mein gott ja das problem ist ihr nehmt sie nicht leute diesmal hier diesmal mit den megalodon platt oder bescheid ich war jagen wieder ich stelle gerade fest ich habe ein loch in der hand und ein finger weniger der mittelfinger fehlten zeigen dass ich mein stadion aber wir haben auch gleich das gibt hier war er gibt immer so ich wäre unterwegs zu freimachen ich schieße gerade auf tobis leiche ein klar ich wollte gerade sagen versteht das etwa auch gegen die genfer was warum sollten wir wir halten uns an nichts wir halten uns doch keine regeln und gesetze morgen werden auch andere mitspieler gekillt die uns töten wollen die die uns töten die sind meistens dreimal ja guck mal bei torsten auf dem kanal ich weiß nicht wann die folge kommt aber sie kommt das war bitter ja das meine sehen tut man sich wir uns umgibt glaube ich aber das war total albern weil da hat er nicht mal irgendwas im beschlag genommen nix das war ein locher das sind locher gewesen locher ein arschlocher ach so ach so ja das ist um jeden fall das war echt albern ja aber du merkst erstmal dass es sowas auch gibt ja klar ja klar hast aber in jedem spiel ganz ehrlich ja hast in jedem spiel aber das hat uns ja nicht davon abgehalten ich meine ich hab natürlich gleich deinstall gemacht da mag ihn auch glänzig ne he 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 deinstall ja natürlich hab ich auch deinstalliert was sagst du denn ich hab sogar meine rechner verbrannt und hat sogar sein level zurückgegeben ich hab neun geholt ich hab alles hier gesprengt ich sitz hier draußen ganz schön oh man ist das albern die leute müssen echt denken meine Fresse dient mir speziell die merken hier gar nix von ey all der Fall den gucken mir beide dazu die merken nix mehr ja die sind halt sehr speziell ne ja warte mal wer finde ich hier noch ein paar ich muss mal kurz gucken Tobi warte mal einen Augenblick warte mal zum Glück ach hier guck mal da ist Thorsten guck mal da oben das stimmt gar nicht komm her du Priesen-Macremen ich muss das gar nicht sein komm her du Protein-Fälle ja hier ist auch ich brauch Proteine wirklich ich hab wieder angefangen im Sport zu treiben ich brauch Proteine komm her du Macremen oh god ich hab ich nicht komm her Knackt beim erstangen jo 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 ich will meine Maschinen go in der shit aua ah miss ich bin hingeschrieben Ich bin am Gelände hängen. Ach, ich hab meine... Ich hab sie. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich fies. Quintl! Eines Sekunden später ist es jemand anderes. Oh scheiße. Das ist echt ne schwere Map hier. Jetzt ist der Dauer. Jetzt ist der Dauer. Frech ja, ich denke nicht. Der Quinto. Oh scheiße. Ja! Na, 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 na. Wo seid ihr denn? Na, wo seid ihr? Da, wo es Brum macht. Ihr dürft nicht schießen. Ich verstoße gegen die Genfer Konvention. Die interessiert uns nicht. Wir sind alle Japaner. Ich bin doch kein Wahl. Hi! 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 Ah! Hi, Chinesen. Boah, ich hab das so oft zingen müssen in der Mittelstube. Meine Fresse! Ja, das war furchtbar. Oh! Boah! Dann will Martin noch mal. Ich so nein, ich mich nicht. Nein, ich will nicht. Ich will den Schein nicht fahren. Das war's geschehen. Nein, ich hab's geschehen. Nein, ich hab's geschehen. Ich hab's geschehen. Ich bin schon. Ich bin schon da. Und sag. Sag kurz das ist. Tobi! Ey! Tobi Duster. Das war ganz allein. Ihr dürft mir ja nicht Ohhhh Oh ne! Ja! Schlingel, diesmal kommst du mir nicht zum Schlingel du Immer rausgefunden mit seinem komischen, billigen Motor Drister Immer abgehauen Ja der kennt das von der Schule Der konnte da immer sehr gut vor Mobile abholen Ich konnte immer gut klettern Warte Ja, warte mal Eine Wischchen noch Ah, da sehe ich schon was Ne, gar nicht wahr Nein, das sehe ich anders Nein, das sehe ich doch so So Ich sehe das auch nicht Nein, das sehe ich anders Oh, ja Oh, nam 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 Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Von wem? Von mir? Nein, das sehe ich anders Okay, das sehe ich aber auch ganz anders Kommst du mal? Kann kurz Kann auch länger dauern Ahhhh Was denn? Der Quinsel Der Quinsel mit seinem kleinen Pinsel Äh, ich Das habe ich immer tun Vermieden zu sagen Oh Mist, ich muss weg Hehehehe Da klatscht die Schüssel Da klatscht es Kein Applaus Ach so Was bist du denn da aufgeregt? Ich darf nur mit dem Messer spielen Ja, klar Danke Schön Oh, ich habe einen Kanal Ja, warte mal Kontrollier ich gleich mal Oh ja, ich habe schon wieder die Bekloppen lassen Ich hasse es 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 Guck mal Ich hasse es Warte, ich muss es laden Ja Ja Ich muss auch erst kurz aufladen So jetzt Im Maul Schon mit dem Maul aufladen Auf! Ah, ah, Tobi, Tobi, Tobi Das ist aber nicht nett Ist aber nicht nett Ah So wie er Tobis Aal, eh Komm her du Jo Bin da Nein Scheiße Fass, fass Fass Scheiße Knapp Ah, da hinten Ey, der hat noch nicht mal getroffen Da ging Ich habe den nichts vorbeischwimmen sehen Du hattest aber auch kaum noch Lebenspunkte deswegen Na gut, das sehe ich anders Ja Äh, die Freude ist so bescheid Ja Ja Ach Gott Hätte ich früher ja in der Schule so Ach, hätte ich doch nur genommen, den König Kosl war Egal MxC-Quadrat, weißt du, die Physik Da sagst du, ah, das sehe ich anders Das schmeckt mir gar nicht Schade, schade ein Sturmgewehr glaube ich noch und dann kommen die Hapunen die Hapunen sind doch doof ja die sind doof, sind langsam oh Hülse sagte der durch eine getötet wurde knuspert knuspert ich glaube wir sind am Ende ja ich noch nicht ich bin nicht am Ende doch ich bin doch am Ende schade ich bin euer Ende schöne Runde ja tschüss aber ich kann immer wieder spielen ist ein cooles Spiel tschüss 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 Thorsten ja Thorsten bringt alles durcheinander hier helf war ich Thorsten wir waren aber cool aber ehrlich ohne Quatsch ehrlich den ganzen Nachbar da habe ich darüber nachgedacht und das geben wir echt schwer es ist gut es freut mich Antiguel ach ja okay wer ist jetzt wer wer ist jetzt wer Antiguel ich bin ich aber ich war die ganze mal vorher wer war noch nicht hei Martin war noch nicht hei ich war doch klar ich war doch mit Thorsten ich war mit Thorsten hei ich mach jetzt chartein wir zusammen ne waren wir auch schon ach ist mir egal ne zusammen waren wir Taucher was wir tauer ja da waren wir noch nicht hei zusammen ja komm dann machen wir hei mir ist halt egal ich mach alles Ja, dass du leicht zufriedenzustellen bist, musst du natürlich scheißen. Sag es. Anspruchslos bist du okay. Ach Gott, ey. Das macht echt Spaß, mit euch Witze zu reißen. Das ist echt entspannend. Das sind keine Witze. Was? Das war ernst? Das ist ernst. Na warte, wenn wir uns sehen, dann kannst du das ja mal erleben, ne? Ich bringe den Panzer mit, um dich irgendwie... Ja, alles klar. Von den Beinen zu holen, Koloss. Martin, mach mal rot, Martin, mach mal rot. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich mach, hi, alles gut. Bin ich hi? Bin ich hi? Ich weiß nicht, was hast du genommen? Bin ich hi? Bin ich hi? Bin ich gut? Bin ich gut? Bist du Tasche oder Flasche? Oh, Schotterbein. Schotterbein. Schalalala. Schotterbein. Schalalala. Schotterbein, da muss ich mal an Frau Kieselmohn denken. You touch my Tralala. Frau Kieselmohn. Frau Kieselmohn. Du schotterbein. Du schotterbein. Du schotterbein. Oh, das ist so dumm. Das ist so bescheuert. Aber du musst jedes Mal lachen, weil das ist so dumm. Du touch my Tralala. Du touch my Tralala. Du bist so dumm. Du touch my Tralala. Das ist so geil. Ja, das war auch dämlich. Ich fand das toll. Das war lustig. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Als einer der tiefsinnigsten Texte überhaupt. Ja, natürlich. Du hast das schönste Arschgesicht. Ja. Und wie finden sie sonst die Schwanzflosse so? Ach, ganz gut. Bisschen fleckig, ne? Ja, bisschen fleckig. Ich mag meine Schwanzflosse ganz gerne. Und deine natürlich auch. Sehr, sehr schön. Muss man ja sagen. Ich finde das schön, wie der Hai im Licht leuchtet. Das ist nicht auch sehr schön. So, genug geflirtet, die machen wir platt hier. Jo, jo, jo. Ist doch. Und... Hatschi! Auf geht's! Auf geht's! Wo ist denn der? Ach, da ist er doch schon. Melny, Junge. Da ist er. Aber... Ach hier, da steht... Das sind Ecken. Ecken. Thorsten muss in der Ecke warten. Das ist doch gar nicht in der Ecke. Ah, Junge, Junge. Aber wir haben das Ding nicht. Da... Von hinten. Gut, gut massiert. Das Ding haben wir gut massiert. Ja. Ich hab das ganze Magazin in ihn reingeschossen. In wen? Du hast... Also du hast dein Magazin... Ah, okay. Alles klar. Besser Grenzen. Es ist völlig ganz egal, was du mir sagst. Ja, entschuldige mal, wenn du mit deinem Magazin kommst. Hallo, Kinder, schau nie zu. Ich find das nicht okay. Also ganz ehrlich. Sorry. Boah, versteckt er sich da hin? Ja, bitte. Nimm dir gar nichts. Überhaupt nicht. Alles schön. Freut mich schon heim. Nimm dir gar nichts gewöhnt. Nimm dir gar nichts gewöhnt. Ja. So. Ey. Die beide hier am Boden, am Gold looten. Hat er schon wieder gefressen. Er jagt dich, ey, du. Er stecken sollst doch nicht, ey. Ah. Ich tonne hier durch. Da, wieder irgendein gefuttert? Was ist das? Aua, ja doch. Ich bin da tot. Ah. Ah. Danke. Danke. Ui. Danke. Was? Das geht dich überhaupt nichts an. Was? Was? Ah. 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 Jetzt gibt's ihn richtig in Bus. Ah. 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 Unter den Deck hier. Sehr schön. So, ich bin so. Was? Was? Du bist quasi in meinen Mund reingesponnen. Du weißt. Hast du eine Geld? Ja, geht so. Getrocknet halt, ne? Pass. Leckeres Beef Jerky. Ah. Was? Was ist das nicht? Was? Nein. Hm. Was? Was? Ah. 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 Ich bin so verdaut. Aber du bist ein ganz schön großes Stück. Hahaha. Hahaha. Schwierig. Ich hab's geschluckt. Hahaha. Ich bin gar nicht mehr ein. Wo ist das denn? Tobi mach ich ja alles alleine, oder was? Nix da. Alles gut. Ähm. Das macht mich so wie ich will. Was? Das macht mich so wie ich will. Das ist eng. Achso. Das kann passieren. Aber. Das wird schon noch. Tobi, wenn du älter bist, dann passt das. Ja. Für alle essen. Alle essen. Tobi, repariere. Nix. Wenn du mich verteidigst. Lade nach. Nix. Hier wird gar nichts reparieren. Hier wird nichts nachgeladen. Hier wird gar nichts nachgeladen. Hier wird gar nichts nachgeladen. In die, diese, diese Straten. Äh. Ist zu dick dafür. Alter. Du fette Kräle. Da. Da hast du. Du sollst es schlicken. An mir. Ah. Ich werd dein Zahnfleisch punktieren. Du wirst ne Zahnschacher werden. Hä? Du musst eigentlich sterben. Ich treff dich doch mit dem Scheißteil. Nein. Ich bin noch tot. Werde ich? Ah. Ich bin noch tot. Nein, bist du nicht. Doch. Lass selbst die Vögel antworten. Kacching. Da kommt man da durch? Da kommt man da durch. Moment. Jetzt warte. Ärzte mal. Ich will mal was ausprobieren. Warte mal direkt so. Okay. Ich will nur mal gucken, ob das überhaupt geht, weil sonst versuche ich das. Was denn? Ich muss wohl, glaub ich, ne neue Maus bald kaufen. Ja, es geht. Oder? Ach ne, geht nicht. Ich hab auch ne Evolution ausgerüstet. Obwohl doch geht. Geht. Alles gut. Und wir haben gewonnen. Weiß ich nicht. War's jetzt schon? Ja. Ich hab das Ding gestört. Ah. Cool. Ich mach Steve. Aber ich geh neben mir nochmal einen Schappen. Er ist schön. Schappi. Cool. Wir haben gewonnen. So. Ein ihr nicht, wir. Marco nicht. Ja. Und ich hab das Jahr des Schweins. Toll. Das ist Schwein? Das Jahr des Schweins. Den Heavyweight-Gewolver. Das war das Jahr. Ja. Das Schwein des Heinz. Also. Der Schein des Schweins. Mit diesen Worten. Mit diesen Worten. Es tut mir leid. Lieber Zuschauer. Boah. Sind wir heute albern. Bis zur nächsten Folge Devs.